Hallo liebe Niesnutzis. Heute kam eine Frage zu einem meiner meistgesehenen Videos rein. Hier das nämlich über 100.000 Aufrufe schon. Wahnsinn oder? Hätte ich nie mit gerechnet. Also ich blende das hier mal eben noch mal ein, was ich damals in dem Video gezeigt habe. Und da ging es darum, wann man einen Motor in Stern und wann man ihn in Dreieck anschließen kann. Wir haben dabei auch die Drehstromleistung unter Nennbedingungen ausgerechnet. Das siehst du hier links. Ja und das war für sowohl Stern als auch für Dreieck jeweils gleich 17 Kilowatt zugeführter Leistung. Und jetzt die Frage, das war nämlich vom Holger und der Holger hat geschrieben, er hätte gehört, dass ein Drehstrommotor im Dreieck die dreifache Leistung aufnimmt im Vergleich zum Stern. Und jetzt fragt er, wie das denn hier mit dem Video zusammenpasst. Ich verstehe die Frage und das ist eine intelligente Frage und irgendwie hatte ich gerade Lust sie auch direkt einmal zu beantworten. Also, um das zu erklären, brauche ich einen anderen Motor. Der hier kann also weg, inklusive der zugehörigen Berechnung, die wir da gemacht hatten. Und hier ist das Typenschild von dem neuen. Den habe ich gerade mal kurz erfunden, aber Ähnlichkeiten mit lebenden Motoren sind hier wie immer nicht zufällig, sondern garantiert vorhanden. So einen Motor könnte es tatsächlich irgendwo geben. Wie man sieht, ist das Gerät für 400 Volt in Dreieckschaltung ausgelegt. Wer in dem anderen Video aufgepasst hatte, der weiß also, der Motor braucht 400 Volt an einer Spule. An jeder Spule braucht er 400 Volt. Da kann ich ganz einfach die Außenleiterspannung 400 Volt, die ich ja im Netz habe, dranlegen und das Ding im Dreieck anklemmen. Und wie man dann sieht, die Wicklungsspannung ist gleich der Außenleiterspannung. Also, alles prima. Die Spule hat 400 Volt. Ja und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie die Spule 400 Volt sehen würde. Und die ist, ja wie ist sie denn? Weißt du es? Ja, richtig. Wenn wir eine Außenleiterspannung von 690 Volt in unserem Netz hätten, dann könnten wir das Ganze in Stern anschließen. Und auch hier hätten wir dann an einer Spule 690 Volt geteilt durch Wurzel 3. Also genau 400 Volt. Dem Motor ist das ganz egal. Der sieht das ja gar nicht, wie er angeklemmt ist oder auch nicht. Hauptsache er hat 400 Volt an der Spule. Das sieht er dann schon. So, jetzt eine kurze Leistungsberechnung. Wenn 400 Volt an der Spule anlegen, dann fließen ja laut Typenschild bei diesem Motor schon 83 Ampere in der Spule. Da brauchen wir jetzt nur noch die Formel für die elektrische Leistung. Also U mal I mal Wurzel dreimal Kosinus Phi. Und das Ganze ergibt dann also 51 kW. Und zwar sowohl für Stern als auch für Dreieck. Weil ja in beiden Fällen an der Spule die Nennspannung anliegt. Einverstanden? Ja, prima. Okay, das war also jetzt der Motor unter Nennbedingungen. Aber man sieht schon, in der Realität klappt das ja so gar nicht. Warum? Naja, ein Stromnetz mit einer Außenleiterspannung von 690 Volt, das haben wir ja in Deutschland gar nicht. Zumindest nicht in dem öffentlichen Stromnetz. Gut, also das hier unten, das mit den 400 Volt im Dreieck, das funktioniert so bei uns. Und das hier oben, das wäre in unserem Netz nicht möglich. Das wäre bei uns anders. Da würden nicht 690 Volt stehen bei uns, sondern eben auch die 400 Volt. Bis dahin klar? Okay. Dann müssen wir ja jetzt nur noch die Leistung ausrechnen, und wie sie dann wäre. Und wie groß ist dann, also die erste Frage wäre dann, wie groß ist dann die Spannung an einer Spule? Korrekt, es wären 400 Volt geteilt durch Wurzel 3. Also rund 230 Volt. Und wie groß wäre dann der Strom? Steht ja jetzt nicht auf dem Typenschild. Naja, wenn die Spannung um den Faktor Wurzel 3 kleiner ist, wird auch der Strom um den Faktor Wurzel 3 kleiner. Denkt mal einfach an das Ohmsche Gesetz, auch wenn das hier komplexe Widerstände sind, aber denkt hierbei mal an das Ohmsche Gesetz. Und wenn man das jetzt alles einmal ausrechnet, dann haben wir 17 KW. Okay. So. Jetzt sind wir mal gespannt, ob der Holger recht hatte. 17 mal 3 ergibt 51. Tatsächlich, hier auf der rechten Seite liegt der Faktor 3 zwischen den Leistungen. Ja, und damit ist die Frage dann ja auch beantwortet. Auf der linken Seite, Stern- und Dreieckschaltung, jeweils unter Nennbedingungen, da sind die Leistungen gleich groß. Und auf der rechten Seite, Stern- und Dreieck im selben Drehstromnetz, da sind die Leistungen dann unterschiedlich groß. Es liegt der Faktor 3 dazwischen. Das Ganze hat aber ehrlich gesagt trotzdem noch einen kleinen Haken, aber den erkläre ich euch ein anderes Mal. Hier nur ganz kurz. In Wirklichkeit nimmt der Motor nämlich nicht unbedingt die Leistung auf, die wir hier berechnet haben, sondern es hängt ganz wesentlich davon ab, was wir für eine Last an den Motor dranhängen. Kannst du dir bestimmt vorstellen, wenn der Motor stärker belastet wird, dann zieht er auch mehr Strom und wenn er schwächer belastet wird, weniger. Ist irgendwie klar, oder? Wenn du mit dem Fahrrad bergauf fährst, ist es ja auch anstrengender als auf dem Flachen. Naja, aber wie gesagt, im Detail erkläre ich das jetzt nicht. Das kann ich nächstes Mal machen. Das Video könnte dann heißen, warum der Stern-Dreieck-Anlauf eigentlich nur im Leerlauf funktioniert. Wenn du das wissen willst, dann schreib mir unten in die Kommentare. Und ich mache das Video und wenn es fertig ist, gibt es den Link hier oben rechts in der Ecke. Aber zuerst jetzt noch kurz eine Anmerkung zu dem alten Video, das mit den über 100.000 Views. Ihr Lieben, ich weiß, dass ihr gerne die Lösung zu den Aufgaben hättet, die ich da am Schluss reingestellt habe. Aber wenn ich das unter dem Video verrate und euch immer schreibe, habt ihr richtig reingeschrieben oder nicht, dann haben ja alle, die nach euch darüber auch noch in Ruhe nachdenken wollen, schon die richtige Lösung und denken dann gar nicht mehr nach. Und das macht doch so auch keinen Spaß. Jetzt haben ganz viele gesagt, okay, dann schreibe ich dem Herrn Nies mal persönlich. Fand ich auch nett, aber ganz ehrlich, da kann ich jetzt nicht jedem persönlich antworten. Das geht aus zeitlichen Gründen schon gar nicht. Ich habe aber einen Vorschlag für euch. Wie wäre es, wenn ich euch da ein kleines Quiz zurecht mache, wo die Antworten dann drin wären? Das würde ich schon tun. Das kostet mich aber dann einerseits Zeit und andererseits Geld für die Software, die ich da brauche. Und das wäre jetzt die Frage an dich. Wärst du bereit, da eine Kleinigkeit für auszugeben? Falls ja, schreibe mir bitte unten in die Kommentare, wie viel dir das so wert wäre. Und dann schaue ich mal, was ich tun kann. Einverstanden? Na gut, ich bin mal gespannt, was ihr da so schreibt. Und jetzt noch eine ganz andere Sache. Falls du im Raum Aachen wohnst, Elektroniker bist und einen Job suchst. Ein guter Freund von mir möchte gerade jemanden einstellen. Also melde dich einfach bei mir, wenn du Interesse hast. Das kannst du tun unter dem Kontaktformular auf meiner Webseite www.sprich-über-technik.de Und dann schauen wir mal, ob das vielleicht was für dich sein könnte. Ja, und jetzt sage ich mal, bis dahin. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüss, liebe Nies-Nuzis. Tschüss. 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 Tschüss.